Pinkus jammert in der Synagoge laut, Oh Gott, schenk mir 10 Mark, nur 10 Mark, damit ich meinen Kindern was zu essen kaufen kann. Da greift ein reicher Jude neben ihm in die Tasche und sagt, Ja, hast du 10 Mark, lenk ihn mir nicht ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017